Was geht? Was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht es allen den Umständen entsprechend gut. Fortnite ist hier offline. Richtig Bock heute wieder mit Romatra zu grind, denn wir spielen heute wieder gemeinsam eine extrem, extrem nette Runde Minecraft. Und das wird extrem geil, Leute. Das wird extrem geil. Terra Max kommt morgen endlich zurück, Leute. Morgen ist Minemax zurück. Minemax ist im Urlaub, Alter. Sympathisch. Da Minemax im Urlaub ist, meine Freunde, müssen wir seine Überraschung komplementieren. Und das meine ich so. Wir müssen die Überraschung für ihn aufs nächste Levelstufe, meine Freunde. Es wäre nicht damit getan, wenn wir jetzt einfach aufhören würden und sagen, Bro, diese Überraschung, die wir jetzt gemacht haben mit der Insel und der Rüstung, das ist genug. Nein, nicht für den Trimax, den wir kennen, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir machen das auch einfach. Wir machen einfach eine krasse Überraschung für ihn. Weil ganz ehrlich, Decker, Max hat es verdient. Romatra ist da. Romatra, du geile Sau. Ah, da was geht. Küsse ich deine Augen, Wurzel von innen. Jeden das seine. Romatra, mir geht's sehr gut. Frisch rasiert, die Backe noch rot von Rasur. Schockgeselter, Mom, alles. So, was sagst du, dass du, dass alle Retards aufs Fortnite-Loch gucken? Dumm, oder? Ihr sau dumm, Alter. Also, Leute, Fortnite geht morgen wieder online, Alter. Standard-Skill macht damit gute Klicks, aber verstehen kann ich's wohl nicht. Romatra, was hast du alles vor heute? Was möchtest du tun? Ich will die, ähm, 64K-Storage-Ding automatisieren noch kattig. Ey, Romare Friend, pass auf, ich mach jetzt folgendes, Digga. Ich mach jetzt was, das könnte uns Kopf und Kragen kosten, ja? Weder Kopf noch Kragen übrig für sowas, aber ja. Pass auf, Romatra. Ich sag jetzt, wir ziehen nochmal ein Backup von dieser Welt und dann öffne ich diesen leines Würfel hier, weil er kotzt mich an. Der kotzt mich einfach an, dass er da ist. Okay, mach, mach. Wir öffnen jetzt diesen Gottverdammten Würfel, weil ganz ehrlich, Leute, ich lass mich nicht von so einer Kleinigkeit hier einfach, nee, mach ich nicht. So, was hast du gemacht? Zeig's mir. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oida, wollen wir heute den fetten Atomic Reactor auch noch bauen? Ich will das aber als erstes fertig machen, weil dann haben wir nie wieder Speicherprobleme. Guck mal kurz, guck mal kurz hier vorne rein. Nein, das wird alles. Hier vorne werden Storage-Houcings gemacht, okay? Ja. Und hier werden gerade, ähm, 4K-Storage-Parts automatisch gemacht. Ja. Und hier mach ich jetzt gleich noch, ähm, die anderen Prozessoren. Ja. Und dann mach ich automatisch 16K-Storage-Parts. Und aus den 16K-Storage-Parts mach ich automatisch 64K-Storage-Parts. Und daraus mach ich dann automatisch mit den Storage, äh, 64K-Storage-Dists. Und dann haben wir 64K-Storage-Dists ohne Ende. Mhm. Weil die dauerhaft automatisch produziert werden. Alter, da müssen wir nur die Storage, die Discrifes bauen, ne? Genau, die Discrifes, die automatisiert. Aber sie sind fast schon wieder full, das kann nicht sein. Ja, ich weiß. Wie viele Diamanten haben wir dir? Ja, äh, 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 äh. Genau. Junge! Ich bin nicht zu Hause, aber das gibt's. Kannst du zufällig ein Backup von unserer Welt ziehen? Ja, ja, klar. Das ist kein Problem. Ich schreib dir, wenn ich's erledigt habe. Okay, danke dir. Ciao. Okay, Leute. Das Ding ist bei diesem Teil, wenn man das öffnet, kann wirklich ein schwarzes Loch entstehen. Das ist no joke. Was unsere komplette Welt einfach... Echt jetzt. Dann sind wir gone wie Fortnite, Leute. Ich beginne meine Bausession mit weißem Beton für die Villa de Trimax. Ey, Romatra, der kommt zurück. Der hat hier alles. Es ist nicht fair, oder? Es ist nicht fair. Es ist überhaupt nicht fair. Ich weiß. Aber ganz ehrlich, Leute. Ehrenmann für den gutesten. Onizius mal bitte in den Chat, Leute. Der Gottverdammte. So, wir chiseln uns den Stein hier. So, ich brauche einen modernen Baublock, meine Freunde. Da würde ich fast schon sagen, wir nehmen uns mal hier von Stacky. Den hier finde ich ganz geil. Der hat so eine kleine Textur. Das ist ganz schön. Oh, das wird schön. Das wird schön, das Haus. Ich sage es dir, okay? Den hier machen wir auch mal. So, komm, Leute. Pass auf. Die Villa der Trimax würde entstehen, Alter. Der kriegt hier oben eine komplette Hütte. Das ist so unfair. Ich hasse den so, dass der nicht da ist. Pass auf. Lass uns hier. Wir heben erst mal den Pool aus. Natürlich braucht der Max einen Pool. Ne? Klaro, Matra, oder? Ja, ja. Stell dir mal vor, der kommt wieder und hat alles, weißt du? Ey, wisst ihr was, Leute? Wir haben so viele Diablöcke. Ich baue den Pool aus Diamanten. Mir reicht jetzt. Aber ich bin auch ehrlich, nächste Woche, meine Freunde, ist es Zeit für das neue Projekt. Würde ich sagen. Das große PVP-Projekt. Oh, Alter, wird spannend. Moment. Okay, Backup ist done. High-Risk jetzt. High-Risk. Wer öffnet das Ding jetzt? Romatra, bist du bereit? Ja. Mach auf. Oh, oh. Komm schon, bitte. Mach keine Sch***, bitte. Oh mein Gott, Digga. Das war so nervig. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Gönn rein, die Slot-Maschinen. Gönn rein. Oh. Oh. Was ist das? Triggerbreaker, Efficiency X und Fortune 3? Warte mal, Moment. Moment. Bauen wir irgendwas ab. Insta, meint die? Lull. Ist halt eine Holzspitzhacke. Mega dumm. Leute, wir haben reingelackt. Wir haben den Grand-Preis gezogen, Alter, eine Holzspitzhacke. Leute, es gibt hier einen Infinity Pool für Trimace. Ich glaube, es hackt, Alter. Sch***, der Mann hat das nicht verdient. Ich will den, boah, werde ich den morgen knebeln, Alter, wenn er hier erstmal ankommt. Mach eine Rutsche, sein Minecraft. Jetzt übertreibt ihr, Leute. Ihr macht es jetzt, ne? Wir müssen jetzt hier, wir müssen auch mal ein bisschen chillen, Leute. Diese Woche gibt es einen Stream aus Amsterdam, einen IRL-Stream, Leute. Oh, das ist geil. Ich werde kochen, ich werde kochen. Richtig geil mit meinen Homeboys. Die können nämlich alle gar nichts, Alter. Und ich bin der beste Koch der Welt. Ich habe ja so einen Preis bekommen 2014, ne, dafür. Der beste Koch der Welt? Ja, ja, bester Koch der Welt EU-West ist es gewesen. Ich sage es jetzt so, wie es ist. Und ihr könnt mich dafür, ihr könnt mich dafür ankotzen, ja? Wenn morgen Fortnite da ist, ich werde es streamen. Es ist so, wie es ist. Ich werde es morgen mit Trimax spielen. Sage ich ganz ehrlich. Leute, hat dieser Hund von Trimax dieses Haus hier verdient? Lasst uns ganz kurz, lasst uns in uns gehen und sagen, ob er das verdient hat. Das Haus hier ist iced out, Leute. Ich bitte euch. Alle meine Kommentare sind voll von, Max, Alter, wo ist er? Ja, recht haben sie. Geil, Alter. Leute, guckt euch diesen Pool hier alleine an. Ich bitte euch. Es wird doch ein Pool und nicht ein Haus, Leute. Das Haus kommt auch noch hier hin. Das kommt hier vorne hin. Eine richtig geile Villa. Max wird sich oben wohlfühlen. Wir bauen ein Klettergerüst, rutsche alles hin, dem Zurückgebliebenen, damit der ganzen Tag Spaß haben kann. Atomic Waller, no Lens. Was macht denn der hier? Leute, ich kann nicht benutzen, hallo? Boah, der macht einen Laser. Werf, was du im Monetar ist, was du rekonstrukten willst davor. Und jetzt ist es reconstructed. Aber so Zeug habe ich doch schon in mir System hergestellt, eigentlich. Nee, hast du nicht. Nun schau mal nach. Palis Crystal. Scheiße, 500. Keinliche Nummer gerade wieder von mir, muss man ehrlich sagen. Naja. Komm, Leute, ich lasse die Diablöcke einfach wegschwimmen. Juckt mich nicht. Juckt mich ehrlich nicht. Leute, checkt diesen Pool aus, Alter. Das ist der Überflex, Mann. Justin, wer neidig auf uns. Wirklich, Mann. So Eisdauer war noch kein Pool, Leute. Essen ist da. Gelogen. Erstmal, Leute, ganz klar, Grundformer abstecken, ne? Also, eine schöne Hütte hier mit Stein und Concrete. Der hat eine Glastür, Leute. Ich glaube, es hackt dieser Trimax. Der kriegt eine Glastür, Leute. Lounge? Gibt es so was wie eine Lounge? Ja, hier, guck mal hier, Leute. Mach dich bereit. Bist du da? Ja, ich bin da. Oh. Wie sieht es aus, wenn ich drauf chill? Du chillst richtig, Alter. Wir können hier... Oh, ich bin halt komplett am chillen. Digga, guck mal, Junge. Oh, lass mal chillen, oder? Ja, lass das mal ne Runde. Oh, sch***. Ah, ich ertrinke. Nein, Romata, vorsichtig, bitte. Leute, denn das kommt alles aus meinem Kopf. Krank, oder? Ich bin hier komplett underrated. Normalerweise sollte ich irgendwelche Häuser für, für, weiß ich, für reiche Leute entwerfen und dann selber an einem wohnen und ich baue die in Minecraft. Alles, was ich hier mache, kommt auch aus meinem Kopf. Ich weiß nicht, wieso sich die Firmen nicht um mich boxen, Alter. Wir sind richtig gut in Minecraft, ne? Das kann man nicht anders sagen. Extrem starke Minecraft-Spiele sind wir geworden. Guck mal hier, Leute, mit überhängendem Glasbalkon. Ich glaube, es geht los, Alter. Ist insane. Insane. Sieht jetzt schon besser aus, als jede Abschlussarbeit von irgendeinem Studenten, Alter. Du bist einfach ein cooler, du bist einfach ein krasser Typ. Ich bin einfach ein cooler Minecraft-Spieler. Diese Kreativität, sie fließt mir aus dem Dick und es ist nicht angenehm. Ich bin ehrlich mit euch. Revi baut Erde mit der Spitzhacke ab. Ja, das stimmt. Aber Revi hat auch fast schon 2000 Primes ab. Das ist vollkommen in Ordnung. Nenn es Romatra? Ehre. Ah ja. Geile Unterhaltung. Jetzt hier nochmal, pass auf, Leute. Es kommt nämlich auf die Akzente an. Es kommt auf die Akzentuierung bei einem Gebäude an. Das ist ganz wichtig. Tiefe braucht ein Haus. Ja? Die Fassade muss sich abwechseln. Hier, Leute. Das ist es nämlich. Diese Ecke. Die Ecke, die wird später... Du asozialer Raus aus Trimax Pool, Junge. Opfer, Alter. Ganz ehrlich. Das ist ja... Also, Creeper sind Schmutz in meinen Augen. Creeper sind noch für mich keine Menschen. Kann ich offen sagen. Revi macht A's im R mit seinem Essen. Ja, ich muss mal meinen Zwillingsbruder holen. Den Kelv... Boah, ist ja auch egal, wie der heißt. Das ist einfach... Das ist einfach... Das ist ein Bauhaus-Stil hier, Leute. Den ich einfach mal hinrotze aus meinem Kopf. Den Hochbegabt. Punkt. Extrem erotisch, dieses Haus. Wirklich. Könnte im Neubaugebiet stehen. Muss man ehrlich dazu sagen. Nennt ihr das Zusammenspiel dieser Materialien? Ah. Ah. Dann muss man einfach mal ganz kurz einen Orgasmus bekommen. Das ist in Ordnung. Viele Leute sagen, hey Revi, du bist selbstverliebt. Aber das stimmt nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich bin einfach nur... Wenn man halt geil ist, dann... Wenn man eine geile Sau ist, dann muss man das auch sagen. Punkt. Ich glaube, Leute, ich habe diese Krankheit, die man... nennt. Habt ihr gehört, die heißt... Ah. Die Krankheit. Und ich bin leider damit... Leider damit gestraft. Und Marta, willst du mal ganz kurz das Haus hier oben auschecken? Möchtest du mir ganz kurz nennen, ob das gut ist, was ich mache? Ob du darin einziehen würdest? Hab ich noch eine kurze Sekunde? Natürlich hast du eine Sekunde, Schatzi. Warum können sie so gut bauen? Mein Vater hat mich mit zwölf geschlagen. Ist das eine Erklärung? Ne. Oh. Was ist das, Romatra? Sieht schon geil aus, Alter. Ist es moderne Architektur? Es ist schon sehr modern. Gefällt es dir? Ich steige hier noch nicht ganz hinter. Die Dinger hier? Da kommt noch was hin, oder? Ne, ne, ist ein Balcony. Ist ein kleiner Balkon. Bleibt einfach so. Einfach kleine Trägerbalken hinzufügen. Ist cool. Weinkeller, Weinkeller. Gibt es Wein? Wein? Bei Deko-Craft? Wein? Lol. Gibt es nicht wirklich. Oh mein Gott, Leute. Der kriegt einen Scheiß-Weinkeller jetzt. Go, Mann! Wer ist das? Wer sind sie? Guter Mann. Was ist Ihr Problem? Lassen Sie den Erdlock los. Hier ist eine Blume für Sie. Ich bitte Sie. Gut. Wenn Sie nicht anders wollen, dann wird jetzt Folgendes passieren. Es kann sein, dass... Verbrennt der Penner tagsüber, Leute, oder nicht? Sonst hat MyMax jetzt hier jemanden, was ich im Garten wohnen, Alter. Das ist Guder, Alter. Guter Mann. Guter Mann. Der tut Trimax mit wichtigen Essentials versorgen. Für sein Leben. Was braucht so einen Trimax? Keine Ahnung. Trimax ist so jemand, der isst Whey-Protein und Hühnerfleisch. Mehr isst er nicht. Achtung, jetzt nochmal. Kleiner, kleine Architektur-Lifehack. Anstatt den Raum abzuschließen, hält man ihn offen und macht hier eine kleine Balustrade hin. Oben ist das Gaming-Zimmer. Versteht sich natürlich. Du bist schon so ein krass-ammer-duf***er, Alter. Ich wäre gern so krass wie du. Aber glaub mir, ist es nicht leicht. So viel Begabung bringt uns deine Probleme mit sich. Glaube ich dir sofort. Achtung, Matra, hier. Was? Wo bist du? Hier. Für dich einen Loot-Bank-Legendary. 1, 2, 3, öffnen. Octapic Cortezza. Diamond Helm mit N-Portal. Mega. Wir haben ein N-Portal bekommen. Mega nice. Was bekomme ich? Einen Supreme-Apple. Oh, der ist lit, Alter. Nice, bro. Der wird tasty sein. Oh, Leute, ist das Satisfaction. Das wird der größte Kamin der Welt hier. Schaut es euch an, Leute. Schaut es euch an, wie alles zu geil wird, Alter. Und jetzt, Leute. Komm jetzt her. Was denn? Ja, guck mal. Küste auf der Haut wie ein Liebestattoo, Romatra. Ich nenne es, wie es ist. Ob sie dir ein Schwert, auf Wiedersehen. Ich brauche dich nicht mehr. Leute, da auf jeden Fall mal ein Prime-Sap dalassen bei Romatra. Aber auch bei mir. Aber vorher fordere ich bei ihm. Oh, mein Gott. Es ist so geil. Alter, ich kann nicht weit. Ich kann nicht mehr, Revi. Ich kann nicht mehr, Revi. Ich sag's dir, wie es ist. Ich kann nicht mehr. Es ist so geil, dieses Gefühl, sich hier anzuschauen. Und es lappt einfach. Wir haben in der Zeit, in der du gebaut hast und in der ich den Reaktor mache, haben wir weitere, gut, mein Kopfrechnung ist jetzt nicht so stark, aber weitere 600.000 Speicherplatz gemacht. In der Zeit, in der, wie lange war das? Man, du asuschale Scheißgelett, man, du Missgeburt, man. Ich töte dann die ganze Familie, du B***ter, Alter. Oioioioioioioi. Geh da mir auf den Sack, Mann. Ich weiß, dass du den Ofen schnell lässt, hast du... Opa, was soll ich machen, Alter? Man muss auch mal sagen, dass es irgendwann gut ist, oder, Romadra? Sieht zwar ultra geil aus, aber da muss man halt so hässlich springen. Auf der anderen Seite, to be honest, Leute, wir haben eh Flugdinger. Also man kann ja hier auch in dem Haus fliegen. Dann machen wir es lieber fürs Design geil, als dass wir uns da jetzt irgendwo großartig einschränken. Weil das sieht einfach geiler aus, wenn es so ist. Sieht schon geiler aus, Leute, guckt mal. Ich würde mir das unbedingt mal in Raytracing 4K HD hier anscheiden. Hier kommt jetzt einfach überall Glas rein, Leute. Oh, das ist ja Ehre, dass es das erkennt, Alter. Krank, nice. Ich muss trotzdem noch irgendetwas finden, was ich hier als Licht halt nutzen kann. Geschisselte Fackeln. Kann man die schisseln, dass die geil aussehen, oder nicht? Lass mal gucken, wie man die schisseln kann, die Fackeln. Gar nicht. Toll. Gibt sich irgendeine Wandlampe einfach, Mann. Romadra, das ME-System backt wieder. Ich hab's gesehen. Da fängt sie bestimmt gleich wieder. Du darfst ihn auch nicht hetzen. Lass ihn in Ruhe jetzt. Mann, ich brauch aber die Sachen da raus. Was soll ich tun? Belastende, Alter. Was ist denn das für eine Sch***? So, ich mach jetzt einfach diese Mega-Torte hier oben hin. Und dann gibt's hier auch keine Sch***-Mob-Spawnerei. Ende. Gibt's nicht so einen Gaming-Chair? Gibt's leider nicht, schade. Table. So, jetzt, Leute. Tich, tich, tich. Ja, witzig. Ja, der Junge kann nicht reden. Schaut ihn euch an. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin einfach ein geiler Typ. Leute, to be honest, Alter. Das hier ist insane, dieses Haus. Was wir gemacht haben. Ich muss mich jetzt alleine gleich schon wieder verabschieden. Okay? Leute, Weinkeller, dies, das machen wir morgen. Ich fass jetzt los. Aber ganz ehrlich, Alter. Das sieht so insane aus, Leute. Guckt euch mal bitte an. Dieses Haus ist so krass geworden, Leute. Das ist so geil. Das ist crazy, oder? Das sieht schon sehr geil aus. Junge, Alter. Junge, du hast mir einen Rechner hingesetzt und einen Bildschirm und alles. Alles, Alter. Alles, alles, Alter. Junge, Deko-Craft ist ja insane. What the f***. Und wir sehen uns morgen, meine Freunde. Um 18, 19 Uhr wieder um den Dreh. Bis morgen, Leute. Macht's gut. Haut rein. Bis morgen, Junge, Deko-Craft.